Das ist unsere Molly. Molly wurde vor wenigen Tagen zu uns gebracht als Findling. Wir waren sehr erschrocken darüber, wie sie ausschaut, in welchem Zustand sie ist. Sie wiegt ziemlich genau 9 Kilo. Das ist sehr, sehr viel für eine Katze und gerade für Katzen ist auch Übergewicht natürlich nicht gerade schön. Es sind sehr reinliche Tiere. Die Molly kann sich nicht mehr putzen, sie kann sich nicht mehr reinerhalten, wir müssen ihr dabei helfen, wir pflegen sie täglich, wir kämmen ihr Fell, wir machen sie hintenrum sauber und helfen ihr dabei. Sie ist eine ganz Süße, sie ist sehr zutraulich, sie liebt es gestreichelt zu werden und wir schätzen, dass sie schon relativ alt ist. Sie hat nur noch wenige Zähne im Mäulchen und wir haben vor wenigen Tagen von unserer Tierärztin eine Blutabnahme machen lassen. Die Blutbefunde sind schon da, die TS muss sie sich jetzt noch anschauen und ja, wir hoffen, dass wir der Maus weiterhelfen können und dann suchen wir natürlich auch ein neues Zuhause für die kleine, naja, nicht ganz kleine Maus.